Jau Leute, ihr seht richtig, wir sind dort und in Terraria. Eine Ficke noch, ich weiß gar nicht mehr, was noch mitzuletzt wird. Am anderen Ende der Stiekel ist eben Ocean. Also, ja, warte einen Moment. Ich mach ihm eben die Spielchen wieder drauf an, damit er vielleicht auch was sehen kann. Ähm, was ist denn hier zuletzt gemacht? Eine Stunde? Ich bin eigentlich nochmals bei YouTube. Dafür, dass ihr 20 Minuten meiner verkackten Aufnahme überrascht habt, ihr verdammten Penner. Ich glaub, da waren auch Materialienjagd für ne Rüstung. Ähm, okay, dann gehen wir mal weiter auf die Suche nicht. So, ich weiß gar nicht. Ich füge, füge. Oh, nein, mein Feuerfach. Eisenball. Hier unten war... ich war im Drinner. Ähm, Drinnen. Nicht Drinnen. Schiff, was für den kommt. Cool. ich muss schon mal ich sollte vielleicht nicht und wo Jumpsciles Ah, nach vorne Jumpsciles, nach vorne I am am Ende meinten Prozent 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 Das ist die Waffe. Ich habe es sehr viel hartes, weil ich das nächste Jahr ausleihende zu geladen habe, weil er die Beherrher zu faul ist zu blenden und zu geladen. Deswegen habe ich gerade im E-Camping-Krank bekommen, habe ich erst mal den Fernseher mit meinem Laptop verbunden. Aber allerdings die aufst das liegt in einer inkompetenz und ich bin es wieder da er hat wenn ich keine Spannerkammer Naja, normal Guckst du auch schön auf Skype? Nee, weißt du? Ist das hier nicht hübsch? Schön asymmetrisch Assy- asymmetrisch? Ja, das ist asymmetrisch Ja, das ist asymmetrisch Ich hab schon 5% gerendert, ja Boah, er rendert? Er ist nicht zu voll Dann kommt es hoch in 1200 Jahren Nee, wahrscheinlich heute Abend noch Guckt auf meinen Kanal Abo, Favo, Daumen hoch Keine Ahnung, nein, ich bin ja nicht Löffel Ich hab euch in meiner Abo-Box verlinkt, also bitte Außerdem, äh, meine Internetseite ist offiziell oben Echt? Oh cool, ich googlen, ja Ist allerdings noch eine .tl-Website Das bedeutet .tl Dadurch ist sie gratis Was mich zu Papa macht und ihr seid alle Lappen, weil ihr keinen Plan vom Leben habt Nee, natürlich nicht Also teilweise Manche Aslachs möchte gamen Auf Befehl Wie heißt denn dein Internetseite? Wildfly-LP Wie heißt denn dein Schnellbeginn? 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 Das habt ihr nicht gehört? Das habt ihr nicht gehört? Auf jeden Fall Wie heißt denn dein Schnellbeginn? Wie heißt denn dein Schnellbeginn? Weil wenn ich eh zu, wenn ich eh zu deinem komischen komischen Seitendingen da komme Wie schiebst du da eigentlich noch alles wo? Um jetzt keine Werbung zu machen Also kein Geli ... ... ... ... ... ... ... ... sehr schnell also ich spreche das jetzt mal kurz zu schützen jaha jetzt aber er sagt halt ich entspannt einen dinger wieder ja ich komme nicht an Der Stein, er wird unser Leben retten. So kommen wir nicht vor. Oh, jetzt ist er noch mehr rein. Was denn? Keine Playlist? Doch, ich hab Playlist. Doch, ich hab Playlist. Aber ich hab noch eine, wo die bis jetzt die ganze Musikzeug drin ist. Die aber wahrscheinlich nicht auf Privat gestellt ist. Ähm, äh, darf ich noch mal diese Musikvideos jetzt von meiner Zeit veröffentlichen? Das kann man nicht veröffentlichen, das ist scheiße. Ich könnte jetzt auch die ganzen Küsse, die, äh, verklafen, was so gehältet werden. Ach, ich hab den Nix verstanden. Ach, ich hab den Nix verstanden. Ja. Was machst du da? Was mach ich da? Wen hast du da drastisch gefühlt? Aber ich bin zugefühlt. Ja. Oh. Ähm. Ähm. Ich spiele weiter. Ähm. Hä. Warte mal, ich gehe jetzt mal eben. Ja, den Evo, haben wir da gleich wieder, wenn er fertig mit seiner Rollen tut. Oder, äh, Sonne, ich will nicht in den Dschungel. Ich bin zu schwach für den Dschungel. Ich soll's mir mal ein neues Schwer machen. Was für'n Ding? Ha, scheiße. Alter, ich war grad voll in der Aufnahme, mein Körper verpächtig über ich eigentlich grade. Ich hab grad die beiden Geld, aber ich wollte das gar nicht. Er fügt die ganze Zeit Leute hinzu, Leute. Hallo Leute! Der sollte eigentlich gar nicht so wahr drauf gekackt. Wir haben zwei Köpfe gehabt, doppel, doppel Abflug. Autsch! Das war ein Mega-Fail. Wenn du fast hier faszinierst, immer noch mehr in der Faltung. Was war der andere? Ich habe einen positiven Versuch. Ja, das war all's. Ich hab ihn auch aufwend dein Wort. Unserem so viel Hörgerin. Was war das, was war das, was war das, was ist. Und er ist auch der andere Ingenieurgerät. Ich war das, was war das nicht jetzt. Nein, Kaninchen! Stirb! Und da ist meine Mutter. Frau Schmutzig, Mann. Alter, feiert meine Schwester gerade ne Metal-Party. Das wär geil, Metal ist toll. Nö, ich brauch mehr Eisen. Ah, du kacke. Wieso töte ich immer Kanickel? Ich bin voll der Unmensch. Was ist ein Mensch, kenn ich nicht. Okay, ist geklärt. Ist geklärt? Ist auffällig unauffällig. Ja, wir haben wieder Kohlensäure, ich kann mir gleich was zu saufen machen. Aha. Was zu trinken, Entschuldigung, nicht was zu saufen. Ich bin 14, ich darf noch gar nicht saufen. Ich kaufe Kohlensäure im Flasche, der ähnelt der Flasche ist meistens auch schwarz. Da ist Koffein enthalten. Ja, das trink ich auch sehr gerne. Meistens gibt ich mir dann noch was rein. Fängt mit dem und hört mit uns so auf. Oh ja. Da steht der White drauf. Ich weiß nicht, dass ich meine Schuhe angehört. Kann ich die Konversation jetzt auch irgendwie wieder trennen? Das kann ich gleich sofort machen. So. Ähm. Irgendwer hat mir geschrieben. Ja, die Konversation, äh, ist egal. Hey, guck mal meine Maus. Ihr seht meine Maus, die sich in Terraria bewegt. Und... ...dabei habe ich Skype offen. Moooooooh. Wie unfassbar böse du bist. Ich weiß. Das traust du dich nicht. Hast du jetzt gedingst? Was? Hast du jetzt gedingst? Was? Ach egal. Und weißt du, ohne jetzt jemand zu überleidigen, ich mache jetzt eine Dark-Fizer-Art und gehe zum Fressen. Aber... Nein, meine Typ nicht. Leute, haut rein. Das war's für diesen Part. Wir haben nichts erreicht. Ciao.